Ja, Dallax, Sostrumming. Kerstin, kannst du noch mal flächeln? Oder du kannst das auch machen. Ja, mach du mal, ich bin nicht so groß. Mein Mädchen hat den Penis. Ach, du schreckst. Drück, drück, drück ich nicht, rück! Warte, warte! Mach das einfach schnell, einen so dicken Zock, das heißt. Ich kann das noch nicht mal filmen. Das passt schon, ja? Ja, drück! Ich hab hier einen Eimer für mich. Verwehrt, David. Oh! Oh, das geht doch mal, die Jane! Nein! Ja! Ah! Ha! Ha! Ah! Komm jetzt, wir haben es ganz brutal, wir hauen die Hose. Ha! 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 Ich rieche auch nicht! Unangenehm. Jetzt kommt das hier hin. Ich bin ja schon mal überrascht, dass bis hier so keiner gekotzt hat. Ich bin ja schon mal überrascht. Du kriegst das Geld für die Dose auch noch nicht. Alles gut. Nee! Dick! Ich brauche ein Messer. Ich brauche ein Messer! Lickerchen! Boah! Ich auch! Du kriegst mein Messer gleich. Boah! Aber ist nicht so schlimm, ne? Guck mal, schön filetiert. Da machen wir jetzt so Ströming-Platt davon. Wenn ihr hintenrum gehen würdest, wird die Kamera auch aufgeben. Du kriegst das nicht so richtig ab? Nein. Okay, ich soll euch nicht angere. Du kriegst das nicht los. Malzeit. Guten Hunger. Das geht gar nicht. Du schickst mir den Film nachher, oder? Weil es nicht verwackelt ist. Ja, deshalb habe ich gesagt. Du musst nur aufholen. Aufholen, da kommt gar nicht raus. Das aber auch. Das ist so schön. Die Sonne, die wir hier essen sind. Die Sonne, die Sonne! Das ist so schön. Das ist so schön. Ich habe die Sonne! Die Sonne, die Sonne! Die Sonne, die Sonne! Das ist so schön. Was ist denn so? Komm mal! Ah! Mach den Jürgen! Ich kann aber den Rimm auch nicht gekotzen! Oh, ist das wieder all ich! Das kann ich nicht essen! Probieren! Da! Ich mache... Uuuh! 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 Uuuuuuh! Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! Uuuh! Ich kann es die Gäste... Gäste kann ich aber so trinken... Uuuh! Uuuh! ich nicht 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 dass ich bei mir gleich wieder reingehört hast du es gegessen? hat er es gegessen? ja klar wir brauchen gleich mehr Grün ich hab überhaupt keinen Hunger mehr klar gleich gibt es Lekadeuschen ich will raus du hast das echt gegessen bitte und dann? ja möchte ich das haben oh mein Gott so eine Scheiße du meinst du noch mal Urlaub das sag ich dir aber alles Mädchen wie ist das nicht oder? hast du was denn nicht gegessen? du hast es gegessen du musst dich brechen das riecht nicht mehr also es schmeckt einfach nur salzig riecht nicht mehr nee riecht nicht mehr kannst auch den Hunden nicht geben nein das ist viel zu salzig das schmeckt nur noch das schmeckt nur noch dran und salzig aber es riecht nicht mehr also ich hab ihn probiert ich bin die einzige die David möchtest du das stimmen? hör auf ohne Scheiße ey nee nee aus das ist krass Alter jetzt geht's nicht schick und schwertig doch jetzt riecht es noch ein bisschen ja das ist aber nicht so doll dann muss ich da mal wo der aufkommt boah das ist widerlich ey boah boah das anstrengt boah Kerzin frisst das einfach nee geht gar nicht ich glaube sollen wir deinem Bauchfleisch noch ein bisschen einlegen mit Sud obwohl das wäre die beste Diät glaube ich soll ich das mal entsorgen hier riecht es mehr wie davor ja hier da in die Tüte zusammenbinden und dann ja ach du scheiße ey die auch? ja wo die eigentlich weiter ist ach doch mal auf den Grill können wir mal testen wie das warm ist